Seit Ende Mai erneuert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Fahrbahn der B173 bei Mösen St. Jakob. Der 1,6 Kilometer lange Baustellenbereich erstreckte sich zunächst von der Bushaltestelle Lippholzruh bis zur Tankstelle. Am 8. Juni wurde der zweite Abschnitt bis zur Brücke über den Mösengrundbach in Angriff genommen. Neben der Erneuerung des Straßenbelages ist auch eine Instandsetzung der Brücke vorgesehen. Eigentlich sollten die Arbeiter heute und damit pünktlich zum Schulanfang fertig werden. Der Regen der letzten Tage und zusätzliche Maßnahmen zur Vorbereitung der Brückenabdichtung machten den Plänen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Nach Angaben des Straßenbauamtes verschiebt sich der Fertigstellungstermin um eine Woche. Am 12. August soll die Vollsperrung dann aufgehoben werden. Bis dahin müssen sich Autofahrer also noch über die Umleitungsstrecken quälen. Der Schulbusverkehr ist wie vor den Ferien gewährleistet.